Dann haben wir die nächste Sunna, der Sunnan al-Fitra, und zwar ist das das Kürzen des Schnurrbart, Oberlippenbart. Diese Sunna ist zwar folgendermaßen zu vollziehen bei den Männern, und zwar entweder, dass dieser Oberlippenbart sehr, sehr kurz gelassen wird, also man rasiert ihn aber nicht vollkommen, also man rasiert ihn nicht mit dem Messer, das ist eine Bidda, also den Oberlippenbart auf Null, also mit dem Messer, das ist nicht die Sunna des Propheten, sondern entweder so sehr zu kürzen, dass die Haut gesehen wird. Das ist eine Ansicht, denn Rasul sallallahu alayhi wa sallam sagte, Juzzu al-Shawarib, also Juzzu schneidet es sehr, sehr klein. Und das bedeutet aber nicht, dass es komplett wegrasiert wird, so wie überliefert wurde, dass die Haut des Propheten sallallahu alayhi wa sallam sichtbar wurde. Die anderen sagen, nein, es geht nicht darum, dass die Haut des gesamten Oberlippenbarts sichtbar wurde, sondern nur die Enden, also die Verbindung zwischen Schnurrbart und Bart. Dort hat er es so kurz gemacht, dass seine Haut sichtbar wurde. Und deswegen sieht man einige, auch Maschaich, Ulema, besonders, das ist die Ansicht der vieler Ulema in Saudi-Arabien, die sagen, nur die Verbindung zwischen Bart und Schnurrbart, die wird eben so sehr gekürzt, dass Haut gesehen wird. Aber der Oberlippenbart selbst, der bleibt. Aber was muss man machen beim Kürzen? Die Haare dürfen nicht auf die Lippe kommen. Und deswegen diese Schnurrbärter der einigen Männer, die die Oberlippe komplett bedecken oder wo die Haare auf die Lippe kommen, Das ist nicht die Sunna des Propheten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.